Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es soll schützen, aber gleichzeitig verschönern. Wenn man beides nicht pflegt oder es vernachlässigt, blättert es eines Tages ab und hinterlässt böse Spuren. Einige beim Auto leichter zu beurteilende Schäden, nämlich Lackschäden, zeigt dieses Videoprogramm. Für die Beurteilung von Lackschäden muss zunächst einmal der gesamte Pflegezustand des Fahrzeuges berücksichtigt werden. Regelmäßige Lackpflege ist genauso wichtig wie Ölservice und Inspektion. Zur Unterstützung des Beurteilenden hat der BMW-Kundendienst eine umfassende Arbeitsunterlage geschaffen. Bei den einzelnen Passagen wird immer wieder darauf Bezug genommen. Grundsätzlich gilt, die Karosserie wird immer als Komplettteil mit angebauten Klappen, Türen und Seitenteilen bearbeitet. Daraus ergibt sich, dass ein Lackfehler nicht nur auf den horizontalen Flächen, sondern auch an allen übrigen Stellen sein kann. Bei Umweltschäden beschränkt sich der Befall auf die horizontalen Außenflächen. Leider treffen Decklackschäden durch Umwelteinflüsse aller Autos, sind also keineswegs nur bei BMW zu finden. Gerade diese Umwelteinflüsse haben bei den Lackherstellern und den Automobilherstellern zu immer neuen Versuchen und Verbesserungen geführt. Einige grundsätzliche Einflüsse ergeben sich durch Industrieklima mit relativ hohem Gehalt an Säuren, chlorhaltigen und alkalischen Verbindungen. Hochgebirgsklima ist besonders reich an ultravioletten Strahlen und weist sehr starke Temperaturunterschiede auf. Sand, Granulat, Streusalz ergeben besonders starke mechanische und korrosive Beanspruchungen. See- oder Meeresklima wirkt stark korrodierend durch Salz und Feuchtigkeitsgehalt der Luft. Truppenklima hat hohe Strahlungsenergie, 60 bis 70 Prozent Luftfeuchtigkeit und hohe Temperaturen. Waschanlagen mit zu wenig Wasserzulauf und zu hohem Bürstendruck können Kratzer verursachen. Auch die Waschmittel können indirekt schädigen. Durch dauernde umweltbedingte äußere chemische und atmosphärische Angriffe werden dem Lackbeständigkeitskomponenten entzogen. Es können sich feine Risse an der Lackoberfläche bilden, in die dann Fremdstoffe eindringen. Diese Fremdstoffe können den Lackaufbau zerstören. Häufiges Waschen und regelmäßige Lackpflege kann da vorbeugen und dem Verfall der Lackierung entgegenwirken. Beim Waschen darauf achten, dass nur rückfettende Shampoos verwendet werden, sonst kommt es zu Abwaschungen im wahrsten Sinne des Wortes. Das rückfettende Shampoo baut hier vor. Gut gepflegte Lacke sind wasserabweisend, elastisch und glänzend. Tropft das Wasser nach der Wagenwäsche nicht mehr ab, dann muss der Lack mit einem Konservierungsmittel neu konserviert werden. Dazu sollen nur Hartwachse verwendet werden, die sogenannte Kanauba oder synthetische Bestandteile enthalten. Diese sind besonders hart. Kanauba ist ein Baumharz. Andere Mittel, die vielleicht günstiger in der Anschaffung sind, aber trotzdem den gleichen Aufwand bedeuten, sind praktisch nutzlos. Diese Werterhaltung der Lackierung sollte mindestens dreimal im Jahr erfolgen. Ein Mehr nach besonderer Beanspruchung schadet hier nicht. Lackschäden, welcher Art auch immer, sollten schnellstens repariert werden. Hierzu gibt es ein gesondertes Videoprogramm. Es gibt viele Ursachen für Lackschäden und nur wenn man die Ursache kennt, können Schäden auch fachgerecht beseitigt werden. Mit dem Lackprüfset ist erst einmal die Voraussetzung zu einer fachlich richtigen Analyse gegeben. Das Lackprüfset besteht aus dem Schichtdickenmesser, dem Lackhäuteprüfer, der Lupe, dem Alpha-Cutter, Ersatzklingen, Ersatzklinge, Teserband und Eichplättchen. Um überhaupt Schäden analysieren zu können, muss man den Schichtaufbau der Original-Werkslackierung kennen. Da gibt es zuerst das Stahlblech. Darauf wird eine Zinkphosphatschicht aufgetragen. Es folgt der EC-Tauchgrund. Danach der Füller und zum Schluss wird der Uni-Decklack mit einem elektrostatischen Hochgeschwindigkeitszerstäuber aufgetragen. Bei Metallicfarben wird nach dem Füller der Metallic-Grundlack und danach der farblose Decklack gespritzt. Nach dem jeweiligen Auftragen erfolgt das Einbrennen mit hohen Temperaturen von über 140 Grad Celsius bis 170 Grad Celsius. Demgegenüber wird bei Reparaturlackierung nur mit bis 80 Grad Celsius eingebrannt, was Füller-Zwischenschichten bedingt. Der Steinschlag, ein Lackschaden, der sehr häufig im Bereich des Vorderwagens und der Seitenwände auftritt, aber auch durch Selbstbewusst auf dem Dach und der Heckklappe möglich ist. Die Lackschicht ist bis zur Grundierung beziehungsweise bis aufs Blech durchgeschlagen. Steinschlagschäden sollten also sofort ausgebessert werden. Ist der Abplatzer bis zum Füller, reicht ein Ausbessern. Mit dem Original-Lackstift in Decklackfarbe. Geht der Abplatzer bis zur Grundierung, sollte ein mehrmaliges Auftupfen erfolgen. Sieht man schon eine Rostbildung, wird der vorhandene Rost, Schmutz oder lockerhaftende Lack entfernt und die Schadstelle mit Rostumwandler, Füller und Decklack ausgebessert. Ist im Bereich des Türschlosses der Lack abgeplatzt, ist dieser Schaden durch Schlüssel verursacht. Rost, der größte Feind des Metalls. Es gibt eine spinnennetzartige Unterrostung. Vor der Beschichtung oder beim Schleifen des Tauchgrundes wurden Stellen bis aufs Blech freigelegt und nicht richtig isoliert. Auch Salzeinwirkung und hohe Luftfeuchtigkeit beheizte Garagen verstärken diese Korrosionsart. Wenn Blech ganz durchrostet, dann geschieht das meistens von innen nach außen. Solche Schäden können unter anderem bei unsachgemäßer Ausführung von Teilreparaturen entstehen durch schlecht oder nicht durchgeführte Hohlraumkonservierung, durch verstopfte Wasserablauflöcher, durch Bleche, die zu dünn geschliffen wurden, durch Teile, die fehlerhaft mit Zinkstaub oder Punktschweißfarbe beschichtet wurden oder auf dem Blech befindliche Teile, die wie ein Schwamm wirken, Feuchtigkeit aufsaugen und diese lange halten. Dann gibt es noch die Falz- und Kantenkorrosion. Diese Rostaufbrüche an den Bördelkanten sind auf mangelnde Fahrzeugpflege sowie auf mangelnde PVC-Versiegelung zurückzuführen. Bei Modellen ab dem Jahr 1983, die eine PVC-Falz-Versiegelung haben, kann das nicht mehr auftreten. Eine andere Art von Lackschäden ist die Bläschenbildung. Bei der Bläschenbildung können die geschlossenen Bläschen verformt werden, das heißt, sie sind mit Flüssigkeit gefüllt. Durch intensive Wärmeeinwirkung können sich die Bläschen zurückbilden beziehungsweise austrocknen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit vergrößern sie sich. Entstehen können sie durch Kalk- und salzartige Schleifwasserrückstände oder auch durch Handschweiß zwischen den einzelnen Lackschichten. Zur Reparatur muss der Lack bis zur schadenverursachenden Schicht entfernt und neu aufgebaut werden. Beim sogenannten Lackkocher treten die kleinen harten Bläschen in Gruppen oder verstreut auf. Die Bläschen können durch zu dicken Lackauftrag, durch zu kurze Abdünstzeit vor dem Einbrennen oder durch den Einsatz nicht geeigneter Verdünner entstehen. Um hier Abhilfe zu schaffen, müssen die Bereiche geschliffen und lackiert werden. Kleine Schmutzeinschlüsse sind kein Qualitätsmangel, sondern sie lassen sich nicht immer vermeiden. Starke Schmutzeinschlüsse müssen geschliffen und poliert werden und gegebenenfalls die entsprechende Fläche lackiert werden. Bei Metallic-Lackierungen haben wir das gleiche Erscheinungsbild, jedoch von Metallpigmenten, die sich nicht richtig in den Lackfilm eingebettet haben. Klarlack deckt die Pigmente nur teilweise ab. Auch die Umwelt trägt dazu bei, dass der Lack nicht besser wird. Industrieniederschläge oder Flugrost beziehungsweise Eisenpartikelchen findet man vorwiegend auf horizontalen Flächen. Bei hoher Luftfeuchtigkeit oxidieren diese und fressen sich in den Lack. Wenn Flugrostentferner, zum Beispiel Abomar und darauffolgende Konservierung nicht helfen, muss nachlackiert werden. Auch durch Ölruß und schweflige Säure wird der Lack angegriffen. Punkt- beziehungsweise tropfenförmige Blau-Grau-Verfärbungen entstehen durch Ablagerung von Ölruß und schwefliger Säure. Vorbeugen kann man da nur durch häufiges Waschen und Wachsen. Eine spritzerartige Braunverfärbung, die überwiegend im Bereich der Radausschnitte auftritt, wird von zu spät entfernten Teerspritzern verursacht. Begünstigt durch mangelhafte Pflege können die Teerspritzer in den Lack eindiffundieren. Abhilfe schaffen kann man hier nur mit handelsüblichen Teerentfernern und anschließendem Wachsen. Auch das Kraftfahrzeug an sich sorgt mit verschiedenen Materialien für Farbveränderungen. Da gibt es eine Lackverfärbung durch ATF-Flüssigkeit, die wir in der Servolenkung und im Automatikgetriebe haben. Diese Verfärbungen entstehen im Bereich der Motorhaube und der Seitenteile. Sie sind tropfenförmig und haben eine gelb-braune Farbe. Zur Behebung muss die Lackschicht bis zum Füller abgeschliffen werden. Auch der Kunststoff kann zur Lackverfärbung beitragen. Der Weichmacher im Kunststoff kann zum Beispiel bei Fahrschulschildern durch Hitzeeinwirkung in den Lack eindiffundieren. Die sich unter dem Kunststoff bildende Feuchtigkeit unterstützt diesen Vorgang zusätzlich. Großflächige, helle Flecken im Klarlack sind auf eindiffundierten Weichmacher aus PVC oder Polyethylenplan zurückzuführen. An den Berührungspunkten von Klarlack und Plane bildet sich eine milchig-fleckige Oberfläche. Auch hier muss zur Behebung des Schadens der Decklack bis zum Füller abgeschliffen werden. Durch Motordämpfe und Abgase entsteht eine sogenannte Vergilbung. Die kann mit Kaltreiniger oder Polierpaste zum Beispiel Kaito entfernt werden. Übergelaufener und nicht gleich entfernter Kraftstoff kann durch die beigemischten Farbstoffe und durch UV-Bestrahlung unterstützt die Lackschicht verfärben oder sogar anlösen. Bleibt ein Polierversuch erfolglos, muss der Decklack bis zum Füller abgeschliffen werden. Auch Bremsflüssigkeit kann örtliche Lackquellen hervorrufen. Hier muss dann der gesamte Lackaufbau bis zum Blech abgeschliffen werden. Bei der Fleckenbildung durch alkalische Produkte entsteht eine Lackverfärbung durch ungelöschten Kalk, Zement und ähnliche aggressive Substanzen in Verbindung mit Feuchtigkeit. Auch unsachgemäße Anwendung von Reinigungsmitteln und konzentrierten Waschwasser Zusätzen auf der warmen Lackoberfläche führen zur Fleckenbildung mit Farbtonumschlag. Säurespritzer von Batteriesäure zerstören den Decklack. Ein orangener Unilack zum Beispiel wird gelb oder ein gelber wird blau-grau. Bei einer Ausbesserung muss die Lackschicht bis zum Füller abgeschliffen werden. Auch die von uns geschützte Natur kann Lackschäden hervorrufen, zum Beispiel Vogelsegret. Örtlich fleckige Risse, die bis zur Füllschicht reichen können, sind Nachfolgeerscheinungen durch Anbeizung von zu spät entferntem Vogelsegret. Die Lackschicht muss bis zum Füller entfernt werden. Auch durch Baum- und Blütenharze kommen Faden- oder tropfenförmige Lackaufbrüche, Bläschen oder Quellungen zustande. Hier sollte man zuerst den Decklack mit Wasser oder Reinbenzin behandeln. Klappt das nicht, muss die Lackschicht bis zum Füller entfernt werden. Durch Insektensekret entstehen kleine Erhebungen und wurmartige Gebildequellungen, die sich überwiegend auf den horizontalen Flächen befinden. Im Gegensatz zu Schmutzeinschlüssen, die scharfkantige Konturen haben, sind bei Insektensekret die Übergänge weich und abgerundet. Durch die Lupe betrachtet ist kein Fehler sichtbar. In den meisten Fällen regeneriert diese Quellung. Beim Lackieren oder Nachlackieren können natürlich auch Schäden entstehen. Auf der frischen, noch nicht ganz ausgehärteten Lackierung sind Wassertropfen verdunstet oder in den frisch gespritzten Decklack sind Wassertropfen gefallen. Fehler in der Druckluftanlage können sogenannte Ölkrater verursachen, speziell wenn die Druckluft nicht ölfrei war. Silikonkrater nennt man Fischaugen ähnliche Vertiefungen. Diese können durch Lack unverträgliche Substanzen im Lack oder auf dem Untergrund entstehen. Oder die Lackschicht wurde vor und nach dem Schleifen nicht intensiv genug mit Silikonentferner gereinigt. Um all diese Schäden zu beheben muss die Lackschicht einschließlich Krater abgeschliffen und neu aufgebaut werden. Der Apfelsinenschalen Effekt ist keine Minderung der Lackqualität. Er entsteht durch die falsche Viskositätseinstellung oder durch zu hohe oder zu niedrige Spritzkabinentemperatur. Natürlich kann dieser Effekt auch durch eine Nachlackierung entstanden sein. Der Lack wurde nicht auf Verlauf gespritzt oder die Verdünnung war nicht geeignet. Wenn der Füller durch den Decklack scheint, muss der Decklack mit Silikonentferner gereinigt, angeschliffen und nachlackiert werden. Wenn die Oberfläche sich rau und stumpf anfühlt, wurden beim Lackieren die angrenzenden Flächen nicht abgedeckt und so entstand ein Farbnebel, der sich nur mit Polierpaste entfernen lässt. Ist dies nicht möglich, muss nachlackiert werden. Der Decklack wurde zu stark aufgetragen. Das ergibt Decklack Läufer. Läufer sind nur Läufer Das gleiche gilt für Klarlack Läufer. Und dennoch, wenn es einmal passiert ist, müssen diese Lackläufer entfernt werden. Die Behebung des Schadens kann entweder mit dem Lackhubel, Schleifpapier, Körnung 800 bis 1200 und danach mit Schleifpaste und anschließendem Polieren behoben werden. Bei Metall-Effekt-Lack kann der Lack manchmal wolkig sein, und zwar dann, wenn er ungleichmäßig aufgetragen wurde, oder wenn der Klarlack auf noch nicht matt abgedunzetes Grundmetallik gespritzt wurde. Im Extremfall muss man nochmal matt schleifen und nachlackieren. Lacke in der vielseitigen Anwendung müssen auch den verschiedensten Anforderungen gerecht werden. Bei zu dicker Lackschicht und zu niedriger Einbrenntemperatur bilden sich Risse in der Lackoberfläche. Risse, die sich niemals kreuzen. Zu dicke Lackschichten sind nicht in der Lage, die Dehnung des Bleches aufzufangen. Sie lösen sich daher. Bei einer Reparatur muss der Decklack entfernt und neu aufgebaut werden. Bei Klarlack ergibt sich das gleiche Problem. Starke und lange UV-Bestrahlung und Hitzeeinwirkung erzeugen bei zu großem Reduzierhärteanteil im Klarlack oder bei Verwendung von Nitro-Kombi auf Kunstharzlack starke Risse. Die beschädigten Flächen müssen ein Krokoledereffekt entsteht durch Überschreitung der maximal zulässigen Schichtdicke oder aber auf noch nicht durchgetrocknetes Füllmaterial wurde schnell trocknender Decklack gespritzt. Zur Behebung muss Decklack und Füllmaterial bis zur nächsten gesunden Schicht entfernt werden. Decklackabblätterungen entstehen durch Nichthaftung. Die Lackschicht kann in diesem Fall großblättrig abgelöst werden. Die möglichen Ursachen sind Kondensatniederschlag auf der Füllerschicht oder eine thermische Überbelastung des Füllers. Zur Reparatur muss die Lackschicht bis zum Füller entfernt und neu aufgebaut werden. Bei Mehrfachlackierungen kann das gleiche Problem auftreten. Die Fahrzeuglackierung kann man mit dem Make-up einer schönen Frau vergleichen. Es soll schützen und gleichzeitig verschönern. Wenn man beides nicht pflegt oder vernachlässigt, blättert es eines Tages ab und hinterlässt böse Spuren. Du bist du Ich schütte. Ich Ich schütte. Vielen Dank.